Aus Bauern kommt es manchmal so vor, als werden Unwahrheiten, ungefiltert veröffentlicht. Und aus journalistischer Verbrecher. Das zeigt aber auch, solche Touren, solche Stapans, die nimmt man nicht auf. Anstatt zu agieren und mit fundierten und ehrlichen Ausstattung von dem Angstkuchen abzubekommen. Um mal herzukommen, ich glaube, Parkplätze sind nicht so viele da. ...sorgen wahrgenommen werden. Wir sorgen uns um die Zukunft unserer Hülse. Und für jeden von uns wünschen wir uns Zukunft.